Das ist ja toll. Das bleibt nicht liegen. Meinst du nicht? Nein. Äh, glaube ich auch nicht. Na, Lyna? Ist du schon fertig? Ist doch in Raten. Das muss ja ein Riesenkopf gewesen sein, was? Und dann am Wetter. Ne, das ist ein schöner, schöner Augenblick da. Jetzt müssen wir uns nun einbilden, Lyna. Ja, der liebe Gott schickt das extra und zuliebe jetzt, ja? Guck mal. Jetzt musst du aber ein Stück Bratwurst essen. Lyna, könntest du mir den Senf nochmal um die Ecke reichen? Ja. Danke sehr. Ja, ja. 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 Ja.